Hallo zusammen, ich bin Lucette und ich bin Stoum. Es gibt zwei Sachen, die mich im Act absolut faszinieren. Das erste ist die Leute, die sie sehen, die ernst nehmen, die das Potenzial anschauen und sie versuchen, zu fördern in den Bereichen, in denen du vorwärts gehen willst. Das ist wirklich der Hammer. Das zweite, was einfach faszinierend ist, ist, wie gesellschaftsrelevant und innovativ das Act ist. Es starten, poppen verschiedene Projekte in der ganzen Schweiz auf, wo das Act irgendwo Leute senden konnte, wo Sachen in der Gesellschaft entstanden sind. Reich Gottes Ideen in der Gesellschaft. Etwas, was ich umsetzen durfte, ist die Kulturschule, wo wir Kulturkurs anbieten für Asylsuchende, zum Leben in der Schweiz, Wohnen in der Schweiz und Arbeit in der Schweiz. Wo wir die Studie challengen lassen lassen. Come and go! We are now here, zu here. Zeigere Musik feu foolishτη Go. Vielen Dank.